Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Vier Stunden vor der Deutschen Einheit. Hunderttausende versammeln sich gegenwärtig in Berlin, um die offizielle Vereinigung beider deutscher Staaten mitzuerlegen. Guten Abend meine Damen und Herren. 41 Jahre nach der Gründung der beiden deutschen Staaten tritt die DDR um Mitternacht der Bundesrepublik bei. Damit werden auch die Vorbehaltsrechte der vier Siegermächte gegenüber Deutschland suspendiert. Zu gemeinsamen Anstrengungen riefen heute der Senat und der Magistrat Berlins die Bevölkerung auf. In einer Erklärung der beiden Stadtregierungen heißt es, Berlin stehe zum zweiten Mal nach dem Krieg vor einer großen Aufbauarbeit. Soziale, wirtschaftliche und ökologische Probleme müssten bewältigt werden. Berlin werde alles tun, um ein würdiger Sitz von Parlament und Regierung Deutschlands zu sein. Feierlich wurden heute die Berliner Stadtkommandanten der drei westlichen Alliierten verabschiedet. Eine Ära ist zu Ende. Mit diesem Schlag schloss der britische Stadtkommandant Corbett die letzte Sitzung der Alliiertenkommandantur. 1945 hatte diese Alliierte Befehlsstelle ihre Arbeit aufgenommen. Heute nun wurden die Flaggen eingeholt und in einem letzten Brief von den drei Stadtkommandanten an den Regierenden Bürgermeister heißt es, die Stadtkommandanten sehen ihre Arbeit als erfüllt an. Die gemeinschaftlichen Bestrebungen hätten zum Erfolg geführt. Berlin gilt nunmehr als Symbol dessen, was durch eine feste Haltung beim friedlichen Streben nach demokratischen Rechten erreicht werden kann. Für ihre Verdienste um Berlin erhielten die drei Stadtkommandanten Auszeichnungen. Das Beste, was die Stadt zu vergeben hat, die Ernst-Reuter-Plakette und den Landesverdienstorden. Während einer Feierstunde im Rathaus Schöneberg, bei der sich die drei Generäle ins Goldene Buch der Stadt eintrugen, dankten Abgeordnetenhaus und Senat den Alliierten für Schutz und Solidarität. Wir scheiden heute mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Wir sind glücklich, dass die längste Besatzungszeit im modernen Völkerrecht so friedlich abgeschlossen werden konnte. Wir sind glücklich, dass die tragische Zeit der Teilung Deutschlands und Berlins nun ein Ende findet und damit auch die Teilung Europas. Die Blicke richten sich nun vorwärts, zunächst bis zur mitternächtlichen Feierstunde. Rund um das Reichstagsgebäude haben sich dafür Fernsehstationen aus aller Welt aufgebaut. Um 0 Uhr wird an dieser Stelle die deutsche Flagge gehisst. Letzte Vorbereitungen auch im Reichstagsgebäude. Zum ersten Mal wird hier am Donnerstag das neue deutsche Parlament zusammensitzen. Und die meisten Abgeordneten flogen heute schon von Bonn nach Berlin. Und zwar mit der Lufthansa. Auch das ein Novum. Zum ersten Mal seit 1945 durfte wieder ein deutsches Flugzeug in Berlin landen. Im Vorfeld der Feiern zur Deutschen Einheit sind in der vergangenen Nacht in Berlin drei Brandanschläge verübt worden. Wenige Stunden vor Mitternacht zündeten Brandsätze sowohl im Zentrumkaufhaus in Ostberlin als auch im Westberliner Kaufhaus des Westens. Beide Feuer konnten schnell gelöscht werden, richteten aber Millionenschäden an. Kurz darauf wurde ein weiterer Brandsatz in den Kassenraum einer Bank im Westberliner Stadtteil Kreuzberg geworfen. Im Zusammenhang mit dieser Tat nahm die Polizei zwei Personen vorläufig fest. Mit einer Festsitzung in Ostberlin hat sich heute das erste freigewählte Parlament der DDR von der Bevölkerung verabschiedet. Volkskammerpräsidentin Bergmann-Pohl forderte die neuen Bundesbürger auf, ihre neu gewonnene Freiheit zu nutzen. Sie waren die ersten freigewählten Abgeordneten der DDR und die letzten. 181 Tage hatte die Volkskammer Zeit, um vor allem eine Aufgabe zu bewältigen, sich überflüssig zu machen, sich geordnet aufzulösen, sich einzubringen in ein gesamtdeutsches Parlament. Zur abschließenden Feierstunde mit bundesdeutschen Gästen musste das Ruhrhaus erneut umziehen, wieder auf der Flucht vor Asbest. So tagte man im Staatsratsgebäude einst der Amtssitz von Erich Honecker. Sprecher aller Fraktionen würdigten die Arbeit des Parlaments. Fleißig sei es gewesen, wenn auch gelegentlich chaotisch und amateurhaft. Insgesamt, da waren sich alle einig, habe man demokratische Verhaltensweisen gelernt und geübt. Aber auch das zog sich durch alle Reden. Die Last der Vergangenheit wird die ehemaligen DDR-Bürger noch lange beschweren. Bewältigung, nicht Verdrängung, tue Not. Morgen wird die staatliche Einheit vollendet. Mit der Einheit in unseren Köpfen und Herzen stehen wir jedoch noch am Anfang unseres Vereinigungsprozesses. Viel Geduld und Einfühlungsvermögen auf beiden Seiten werden notwendig sein, damit keine Seite Schaden nimmt. Die Geschichte der Volkskammer ging so zu Ende wie die aller Institutionen der DDR. Der Abschied war kurz, ohne Tränen und Wehmut. Die Freude überwog, dass nun alles vorüber ist. Am besten fasste es vielleicht der FDP-Fraktionschef zusammen. Heute Abend reißt die gesamte DDR aus, aber die Koffer bleiben zu Hause. Die NVA, die Nationale Volksarmee der DDR, hat sich heute aufgelöst. Sie wird um Mitternacht formell der Bundeswehr unterstellt. Mit dem 2. Oktober, 24 Uhr, hört nach dem Willen unseres Volkes, die Deutsche Demokratische Republik aufzubestehen. Hiermit entlasse ich Sie als Angehörige oder Zivilbeschäftigte der Nationalen Volksarmee aus ihren Verpflichtungen. Das schwarz-rot-goldene Tuch mit Hammer und Zirkel im Ehrenkranz verschwindet, wohl für alle Zeiten. Hier beim ersten motorisierten Schützenregiment wie bei allen anderen Truppenteilen. Heute um Mitternacht übernimmt das Bundeswehrkommando Ost. Die NVA habe ihren Beitrag dazu geleistet, dass der Umgestaltungsprozess friedlich verlaufen sei, heißt es im letzten Tagesbefehl des Ministers. Und ein Truppenkommandeur sagte bei diesem letzten Appell, es verdiene festgehalten zu werden, dass hier eine Armee, die keinen Krieg und kein Gefecht verloren habe, freiwillig ihre Waffen übergebe aus Loyalität gegenüber ihrem Volk. Am Abend um sechs Wachablösung bei den Mottschützen. Die neuen Posten tragen die Uniform der Bundeswehr. 170.000 Mann zählte die Nationale Volksarmee noch vor einem Jahr. Heute sind es noch 90.000. Etwas mehr als die Hälfte davon will die Bundeswehr übernehmen. Die Streitkräfte der ersten Arbeiter- und Bauernmacht auf deutschem Boden sind verschwunden. Mit einem Tagesbefehl. So, als ob nichts gewesen wäre. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hat Bundespräsident von Weizsäcker und dem ganzen deutschen Volk zur staatlichen Einheit gratuliert. In seinem Glückwunschschreiben betont Gorbatschow, dass sich die Deutschen im Einvernehmen mit ihren Nachbarn, mit anderen Staaten und Völkern vereinige. Dies sei ein großes Ereignis nicht nur für die Deutschen allein. Die Vereinigung, so Gorbatschow, habe sich an der Grenze von zwei Epochen vollzogen. Die europäische Gemeinschaft würdigte die deutsche Einheit als einen Meilenstein auf dem Weg für neue Zusammenarbeit und Stabilität in Europa. Wörtlich heißt es in der Erklärung, ein Volk, das unsere gemeinsame Zivilisation so sehr bereichert hat, erhält wieder seinen rechtmäßigen Platz in Europa und in der Welt. Bundeskanzler Kohl und DDR-Ministerpräsident de Maizière haben die Deutschen zu Solidarität und gegenseitigem Verständnis aufgerufen. Wir müssen, so sagte Kohl, ein Denken überwinden, das Deutschland immer noch in ein Hüben und in ein Drüben aufteilt. De Maizière betonte, dass die Einheit mit dem DDR-Beitritt nicht abgeschlossen sei. Sie bleibe eine Gemeinschaftsaufgabe aller und dazu gehöre auch die Korrektur von Pauschalurteilen. Die Ansprachen der beiden Regierungschefs bringt das deutsche Fernsehen direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Die CDU hat zum Abschluss ihres Hamburger Vereinigungsparteitages einstimmig ein Manifest verabschiedet, das in 16 Punkten die Grundsätze christdemokratischer Politik darlegt. Danach will die Union in ganz Deutschland eine ökologische und soziale Marktwirtschaft verwirklichen. Eine zukunftsorientierte Sozialpolitik wird ebenso angestrebt wie die Durchsetzung einer familien- und kinderfreundlichen Gesellschaft. Die deutsche Einheit bezeichnet die CDU als Motor der europäischen Einigung. Wer diese Nacht verschläft, ist ein historischer Penner. Norbert Blüm hätte es den Delegierten gar nicht so deutlich sagen brauchen, denn mit dem Kopf waren sie heute Morgen ohnehin nicht mehr auf diesem Parteitag, sondern bei den Vereinigungsfestlichkeiten. Dabei galt es vorher noch, das Manifest zur Vereinigung der CDU Deutschlands zu verabschieden. Nachdem dies ohne längere Aussprache abgehakt war, durfte sich der gefeierte Parteivorsitzende Helmut Kohl herzlich amüsieren über die Grußadresse der Schwesterpartei. Der CSU-Vorsitzende gratulierte. Wir sind ja manchmal, lieber Helmut Kohl, vielleicht schwierige Partner. Sie empfinden das jedenfalls so, wir empfinden das nicht so. Aber wenn es darauf ankommt, kann man sich auf uns und auf mich stärker verlassen, als auf den einen oder anderen mitunter, sogar in den eigenen Reihen. Für weitere Blattschüsse auf die FDP gab es freundlichen Applaus. Am Ende des Parteitags kam dann Nachdenklichkeit auf. Helmut Kohl appellierte in seiner Abschlussrede an die Delegierten. Wir sollten gemeinsam von diesen Tagen in Hamburg nach Hause zurückkehren. In alle Städte und Dörfer des wiedervereinigten Deutschlands mit der Botschaft, wir werden es packen, wir werden die Ärmel hochkrempeln und es gemeinsam schaffen. So ermutigt verließen die Delegierten nach dem Singen der Nationalhymne den Parteitag. Man weiß gar nicht, was die CDU auf diesem Parteitag mehr gefeiert hat. Die Vereinigung oder ihren Vorsitzenden. Es war jedenfalls eine Mammut-Kanzlerschau, die vor allem eines zeigen sollte. Helmut Kohl auf dem Gipfel seines Erfolges, getragen von der gesamten Partei. Die Regie zielte entschlossen auf Harmonie ab. Diskussionen fanden nicht statt. Und tatsächlich ging das Konzept auf. Die Inszenierung lief bis zum Schluss perfekt über die Bühne. Mit einer Überraschung endeten die Wahlen zu dem erweiterten Bundesvorstand der Vereinigten CDU. Die stellvertretenden Fraktionsvorsitzende Frau Hülsdonk und die stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion Fischer verpassten ebenso wie der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung Pirot den Einzug in das Führungsgremium. Dagegen kam der Chef der Sozialausschüsse Fink in den Bundesvorstand. Und auch alle sechs Kandidaten aus der DDR wurden auf Anhieb in die Parteiführung berufen. Bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse hat Bundeswirtschaftsminister Hausmann zu weltweitem Austausch und zu einem, wie er sagte, Wettbewerb der Köpfe aufgerufen. Internationale Verflechtung und wirtschaftliche Konkurrenz seien sichere Bollwerke gegen nationale Machtballung. Auch Japan, das Partnerland der Buchmesse in diesem Jahr, habe dies nach dem Zweiten Weltkrieg gelernt. Die Einheit Deutschlands, fügte der Wirtschaftsminister hinzu, werde der Einheit Europas und der Welt zugutekommen. Auf der diesjährigen Messe, dem größten Buchmarkt der Welt, ist die DDR mit 91 Ausstellern vertreten. Messedirektor Weithaas nannte Hilfe bei der Neuorientierung Osteuropas als die entscheidende Aufgabe der Verleger. Annähernd 8500 Verlager aus 90 Ländern präsentieren eine Bücherflut von mehr als 380.000 Titeln. Schwerpunktthema in diesem Jahr Japan. Für das Publikum ist die Buchmesse von Freitag bis Samstag geöffnet. In Berlin wurde heute die Gründung eines deutsch-französischen Fernsehkulturkanals besiedelt. Die Ministerpräsidenten der Bundesländer und der französische Kulturminister Lange unterzeichneten den Vertrag, dem sich auch andere europäische Länder anschließen sollen. Der Fernsehkulturkanal ist ein Gemeinschaftsunternehmen der französischen Rundfunkanstalt Lasset und von ARD und ZDF. Ziel ist ein gemeinsames Fernsehprogramm, in dem das kulturelle Erbe Europas und das künstlerische Leben zum Ausdruck kommen. Vom nächsten Jahr an sollen über Satellits synchronisierte Beiträge in vier Sprachen ausgestrahlt werden. Untertitel sind in neun Sprachen möglich. Nach dem Willen des amerikanischen Repräsentantenhauses soll die Golfkrise auf friedlichem Wege gelöst werden. Die Kammer billigte gestern zwar in einer Resolution die Entsendung von US-Soldaten an den Golf, forderte aber zugleich die Krise durch diplomatische Anstrengungen und internationale Sanktionen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen beizulegen. Der Senat wird heute über eine ähnliche Erklärung abstimmen. Zu schweren Ausschreitungen ist es heute in Neu-Delhi gekommen, nachdem rund 200.000 Menschen gegen das geplante Quotensystem im öffentlichen Dienst protestierten. Zwei Demonstranten wurden von der Polizei erschossen, mindestens 20 erlitten schwere Verletzungen. Vor allem Studenten protestieren seit Tagen gegen den Regierungsplan, 49 Prozent der Stellen im öffentlichen Dienst mit Angehörigen niedriger Kasten zu besetzen. Die bisher schwersten Zusammenstöße ereigneten sich am heutigen Geburtstag des indischen Freiheitskämpfers Gandhi, der strikte Gewaltlosigkeit gepredigt hat. Die ersten Vorgespräche über das zukünftige Verhältnis zwischen der Baltischen Republik Litauen und der sowjetischen Regierung sind nach litauischen Angaben zufriedenstellend verlaufen. Der litauische Präsident Lansbergis erklärte allerdings, eine grundsätzliche Wende in der sowjetischen Haltung sei noch nicht zu erkennen. Allerdings sei Optimismus angebracht. Die Gespräche zwischen dem sowjetischen Ministerpräsidenten Rischkow, der litauischen Regierungschefin Prunskine und Präsidenten Lansbergis hatten vor allem Wirtschaftsfragen zum Inhalt. Moskau hatte nach der einseitigen Unabhängigkeitserklärung Litauens eine Wirtschaftsblockade über das Land verhängt, die sie jedoch wieder aufgehoben, als Litauen sich bereit erklärte, die Erklärung vorübergehend auszusetzen. Bei der Explosion einer entführten chinesischen Verkehrsmaschine auf dem Flughafen von Canton sind heute mindestens 120 Menschen ums Leben gekommen. Luftpiraten hatten die Maschine vom Typ Boeing 737 auf einem Inlandsflug in ihre Gewalt gebracht. Beim Landeanflug auf Canton zündeten sie einen Sprengsatz. Das explodierende Flugzeug raste in zwei Maschinen, die am Boden wachteten. Eine davon war mit 130 Passagieren voll besetzt. Unter den Opfern sollen vorwiegend Chinesen aus Hongkong und Makao sowie einige Ausländer sein. Rund 100 Passagiere konnten sich aus den brennenden Wracks retten. Aus Frankfurt nun die Wetterveransage für morgen Mittwoch, den 3. Oktober. Der Satellitenfilm zeigt über Deutschland sowie weiten Teilen Westeuropas aufgelockerte Bewölkungen. Weiterhin kann man ein Wolkenband erkennen, das sich von Südnorwegen über die britischen Inseln bis zum Atlantik erstreckt. Es verlagerte sich im Laufe des Tages nach Osten. Eine Hochdruckzone mit Schwerpunkt über dem östlichen Mitteleuropa schwächt sich ab und verliert allmählich ihre Wetterwirksamkeit für Deutschland. Damit kann die Kaltfront eines Tiefs mit Kern bei den britischen Inseln in der zweiten Tageshälfte auf den Westen und den Norden Deutschlands übergreifen. Die Vorhersage für morgen In den Frühstunden gebietsweise Nebel Nach dessen Auflösung zunächst sonnig Am Nachmittag im Westen und im Norden Eintrübung und nachfolgend Regen Tiefsttemperaturen 5 bis 10 Grad Tageshöchstwerte 15 bis 20, örtlich bis 23 Grad Zunächst schwachwindig Am Nachmittag im Norden und im Nordwesten auffrischender Wind aus südlichen Richtungen Die weiteren Aussichten Am Donnerstag nach Durchzug eines Regengebietes Von Nordwesten Übergang zu Schauerwetter Temperaturrückgang Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen Heute erst um 23 Uhr aus Berlin Darin der Tag vor der Einheit Berichte, Reportagen, Interviews Am Nachmittag im Norden Am Nachmittag im Norden